Hallo zusammen, mein Name ist Christiane Falk, ich bin Radiomoderatorin bei Radio 1 in Berlin und Brandenburg und ich möchte mich sehr sehr gerne für das Projekt Marionette engagieren und hoffe auch ein paar andere noch zu finden unter euch, die zuschauen, die sagen ja da mache ich auch mit, denn mir ist es gegeben worden, dass ich völlig unbeschwert bislang durchs Leben laufen, springen, rennen konnte, immer in Bewegung war und es sehr genossen habe und natürlich im Alltag schon öfter auch mal feststelle, dass es eben nicht jedem so gegeben ist und gerade wenn Kinder und Jugendliche irgendein Defizit am Körper haben und nicht so unbeschwert das alles erleben können, dann kommt in mir der Wunsch auf, da irgendwie was tun zu können und dieses Projekt Marionette macht genau das möglich, also vielleicht haben auch andere die Möglichkeit und Chance irgendwie da mitzumachen, sei es durch eine Geldspende oder sich eben selber aktiv zu zeigen, die ganzen Details zum Projekt, die findet ihr hier unten in den Links und natürlich in sämtlichen sozialen Netzwerken, wäre schön, wenn wir gemeinsam was tun können für die Jugendlichen und für die Kinder und die vielleicht dabei demnächst auch einen Alltag erleben, von dem sie noch gar nicht wussten, dass er so einfach möglich ist, also ein bisschen Unterstützung von uns vielleicht mit einer großen Wirkung für diese Menschen. Danke fürs Zuschauen und vor allem dann auch danke fürs Engagieren. Very, sehr, sehr gut. Muy gut. extrem shine